Hey und herzlich willkommen zu Part 2, der Sims 4 Teen Rex to Riches Challenge. Das ist der Name, den ich mir jetzt ausgedacht habe. Ihr habt mir auch fleißig ganz viele Namensvorschläge geschrieben, aber ich habe jetzt schon ein Logo gewastelt, also was heißt Logo, aber dieses Bild auf dem Thumbnail, das habe ich schon gewastelt. Und ich finde den Namen eigentlich ganz gut. Der drückt auch, glaube ich, ganz gut das aus, was wir hier versuchen zu tun. Und ja, wir haben jetzt ein paar Stunden später, nachdem ich den ersten Part aufgenommen habe, also der erste Part ist jetzt so zwei Stunden online und ihr geht so krass ab. Das ist so heftig. Vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und dass ihr das Let's Play so feiert und ihr freut euch da einfach so sehr drauf. Und das freut mich so sehr, weil mir hat es auch voll Spaß gemacht, den ersten Part aufzunehmen. Deswegen freue ich mich jetzt auch riesig, den nächsten Part aufzunehmen. Deswegen starten wir auch gleich ins Gameplay rein. Die liebe Katie hat hier am Strand übernachtet auf meiner Liege. Sie hat sich ja gestern illegalerweise noch, ich mach mal drüber auf gleich, hier Veggie-Burger gemacht, obwohl ich ja wollte, dass sie sich selber ernährt. Aber sie war schneller, als ich handeln konnte, deswegen handeln konnte. Sie muss jetzt auf jeden Fall zur Schule gehen. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr möchtet, dass sie zur Schule geht oder nicht. Und die Tendenz war eher so, wie heißt das, hingehen zu, sie soll nicht mehr in die Schule gehen. Allerdings finde ich, oh, diese Möben sind so schlecht animiert, das ist so übel. Da kriege ich echt Schnappatmung, wenn ich das sehe. Naja, auf jeden Fall war es eher so hingehend dazu, dass sie nicht mehr in die Schule geht. Aber ich finde, sie sollte erstmal noch ein paar Tage gehen, um auch einfach ein paar Leute auf der Insel kennenzulernen und sowas. Ja, und deswegen lassen wir sie jetzt erstmal noch ein bisschen gehen. Vor allem lernt sie da voll viele Fähigkeiten, was halt auch super ist. Das kommt durch den Better School Mod. So, jetzt ist sie zu Hause, sie ist aufgebracht, das gucken wir uns jetzt sofort an. Guck mal, same girl. So fühle ich mich auch immer, wenn ich aus der Schule komme. Also, jetzt gehe ich nicht mehr zur Schule, aber früher. So, was haben wir denn hier? Katie hat in der Schule etwas mitgehen lassen, super. Katie ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Der Abschluss des Projekts erhöht den schulischen Fortschritt. Wenn das Projekt schnell abgeschlossen wird, ist der Fortschritt umso höher. Katie ist aus der Schule zurück, die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Okay, sehr gut. Und sie ist aufgebracht, weil... Nein, mir geht es nicht gut. Du bist unglaublich aufgebracht. Manchmal ist es echt hart, ein Teenager zu sein. Die Emotionen lassen sich nur schwer im Zaum halten. Same girl. Okay, hat sie jetzt tatsächlich was mitgehen lassen? Das ist ihr Schulprojekt? Oh. Sie hat tatsächlich... Sie hat einfach ein Kinderbuch geklaut. Okay, das verkaufen wir aber. Das ist eigentlich sehr gut. Gut, sie weiß, was wichtig für uns ist. Und dann haben mir ganz viele geschrieben, beziehungsweise ich habe mir auch einen Kommentar gescreenshottet. Der kam von... Eine Sekunde. Tobias Carlsen. Und er hat geschrieben, wie wäre es, wenn du ihr ein Zelt gibst aus Outdoor-Leben. Dann kann sie auch mal woanders schlafen, da sie es im Inventar mitnehmen kann. Gute Deutsch, Nina. Ja, ich finde, das ist eine super gute Idee. Ich habe da irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, dass es Zelte gibt. Zet. Zelt. Nein, Nina. Zelt. So. Weil ich habe ja Outdoor-Leben, deswegen... Wäre auch zwei Zelte. Okay, aber es ist machbar. Das kriegen wir hin. 420 Simoleons kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir müssen nur noch ein bisschen hier jizzeln. Okay? Sie ist super müde und braucht Spaß in der Backen. Wir können nur leider... Können wir das Essen eigentlich verkaufen? Ne, leider nicht. Schade. Können wir das Schulprojekt verkaufen? Ups. Aber ganz ehrlich, Leute, wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld eher als gute Noten. Ich meine, das ist jetzt eh nicht ihre Priorität. Wie gesagt, sie wird da eh bald austreten. Dann könnt ihr mir jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr möchtet, dass sie sich einen Nebenjob sucht, denn sie kann... Ähm... Wo ist es denn? Oh mein Gott, das kann sie alles nicht machen, weil sie außerhalb des Netzes ist. Wow! Das ist ja cool. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr möchtet, dass sie sich einen Nebenjob sucht. Sie kann ja Babysitterin sein oder ich weiß nicht, ob Teenager auch Rettungsschwimmer sein können und, äh, Taucher. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ihr könnt mir das ja mal schreiben. Auch, ähm, wenn das vielleicht gegen die Regeln von Rags to Rages ist. Aber wie gesagt, wir halten uns da ja nicht so dran. So, jetzt haben wir schon wieder hier fünf Minuten gelabert, ohne dass wir wirklich gespielt haben. Nina, du bist einfach ein Genie. Ähm, warum habe ich sie eigentlich nicht die ganze Zeit währenddessen angeln lassen? Ich habe keine Ahnung. Geh einfach mal jetzt ein bisschen angeln. Oh, bist du so müde oder bist du so genervt jetzt? Was ist mit dir? Oh, sie ist so genervt. Das ist so großartig. Ich finde, das passt so zu ihrem Aussehen. Sie hat eine richtige Attitude. Oh, wow, Katie, ich liebe dich. Ihr scheint sie auch alle richtig, richtig cool zu finden. Ihr habt auch geschrieben, ob ich sie bitte in die Galerie hochladen kann. Kann ich natürlich gerne machen. Aber wie gesagt, das sage ich ja immer bei meinen Sims dazu, dass sie null so aussehen wird, wie sie jetzt hier bei mir aussieht, wenn ihr sie runterladet. Weil ihr dann halt mein ganzes Kostüm-Content, also nicht mein ganzes, aber das halt, was sie alles an sich hat, bräuchte sie, damit sie genauso aussieht wie bei mir. Ja, okay, jetzt habe ich sie hochgeladen. Also ihr könnt sie jetzt runterladen in der Galerie, wenn ihr sie haben wollt. Und direkt, wow, das ging schnell. Und dann habt ihr mir super viele coole Kommentare geschrieben zu Story-Vorschlägen. Das finde ich einfach... Ich fand das so cool, wie ihr in diese Story... Ja... Wie nennt man das? Also ihr wart da so drinnen. Das fand ich richtig cool. Es hat euch auch so gut gefallen, dass ich mir da so Gedanken gemacht habe, was ihre Backstory quasi angeht. Und ich habe einen Kommentar gelesen, der nicht richtig cool wäre. Oh mein Gott, ist das eine Schatzkiste? Oh mein Gott. Wow! Eine alte, abgenutzte Papierrolle mit kryptischen, von Schmutz bedeckten Zeichen. Sie sollte sich im Inventar deines Sims befinden, bevor er zu graben beginnt. Wie? Wo können wir denn jetzt graben? Okay, auf jeden Fall habe ich einen Kommentar gelesen, dass es doch voll cool wäre, wenn sie ihre Oma finden würde. Also die Mutter von ihrer Mutter hier aus Sulani. Und würde dann mit ihr so ein bisschen sich anfreunden und einiges über ihre Mutter kennenlernen. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Das habe ich so ein bisschen mehr zusammengestellt, weil es super viele Kommentare waren mit super vielen verschiedenen Story-Vorschlägen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass wir hier quasi unsere Oma kennenlernen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht gleich noch streame und wir da ein paar Sims für die Stadt erstellen können. Ich will mal ganz kurz was gucken. Also ich weiß, dass hier oben hier wohnt so ein älteres Pärchen. Die finde ich richtig cool, die zwei. Die sind glaube ich auch Senioren. Könnten dann theoretisch auch die Großeltern von ihr sein. Aber wir können auch neue einziehen lassen, wie ihr wollt. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, hier die Kahananui. Wow, Nina, wow. Das fände ich richtig cool, wenn wir da so die Großeltern kennenlernen. Weil ich möchte die richtigen Eltern eigentlich nicht mit, also jetzt so real mit ins Let's Play einfließen lassen. Also ich finde, sie sollte schon die ganze Zeit jetzt noch so ohne Eltern bleiben. Aber wir gucken mal. Oh mein Gott, ich liebe sie so. Ich bin richtig verliebt in Katie. Allein ihre Mimik und Gestik, das passt einfach alles genau dazu, was ich mir für ihre Backstory überlegt habe. Oh mein Gott, ihr ist heiß. Haben wir jetzt heute? Ja, heute ist warm. Vielleicht solltest du dir dann ein anderes Outfit anziehen, meine Liebe. Zieh dir doch mal dein... Obwohl, du hast ja auch noch ein anderes Sommeroutfit. Das hier ist dein Sommeroutfit, dann zieh das doch an. Hör mal auf zu angeln. Warum habe ich das jetzt nicht noch zu Ende gemacht? Dann hätte ich jetzt noch den Fähigkeitspunkt bekommen. Aber nein, egal. So. Oh mein Gott. Es ist einfach so großartig. Leute, ich mache einfach nichts. Und das Spiel macht einfach genau das, was ich will. Das ist einfach so super. Und ich verstehe nicht, warum. Dunkle Ringe. Katie braucht bald wirklich ein bisschen Schlaf. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Sie ist voll wieder. Okay. Katie, wir besorgen dir jetzt dein Bett. Nur, wie machen wir das? Wartet, wir sammeln jetzt mal hier am Strand nach Muscheln suchen. Und gucken mal, ob wir vielleicht ein paar Muscheln finden, die wir dann verkaufen können. Okay, sie hat eine Jakobsmuschel gefunden. Okay, 10 Simoleons. Wow. Ich hoffe, die Burger... Oh nein. Die Burger sind verdorben. Und wir können sie nicht... Oh mein Gott, wir können sie nicht mal aufräumen. Weil wir keinen Mülleimer und keinen Verspick. Okay, wir müssen gleich mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo anders noch einen Mülleimer finden. Erstmal muss ich jetzt hier weiter dafür sorgen, dass sie noch ein bisschen Geld dran schafft. Okay, eine Tulpenmuschel. 50 Simoleons. Sehr gut. Oh mein Gott, wir kommen unserem Bett immer näher. Das ist doch wunderbar, oder? 130 Simoleons. Oh mein Gott. Das ist unser Bett, Leute. Yay. Okay. Wir können uns einfach unser Zelt kaufen. Zelt. Zelt, Zelt. Zelti, Zelti. Okay, wir können uns natürlich nur das Kleine kaufen. Welche Farbvarianten haben wir denn? Wir gucken mal. Wir hätten im Angebot blau. Rosa. Schwarz-Rot. Hm. Wow. Ähm. Ich finde das Blaue am schönsten. Überraschung, Nina. Ich finde das Blaue am schönsten. Ich glaube, ich möchte das aber so ein bisschen hier so in die Ecke machen, damit das so ein bisschen aussieht, als wenn sie hier so Unterschlupf suchen würde. Ähm, hier so neben dem, neben den Palmen. Das finde ich dann eigentlich ganz cool. So, und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, was das Feuer kostet. Foi, Foi. Foi, Foi. Oh, siehst du mir, das tut mir richtig leid. Hi. Der ist aber auch immer hier, ne? Broski. Und du? Was hat er? Anti-Umweltschützer. Das ist ja mega geil. Oh mein Gott. Nett bitten zu gehen. Mir hat auch jemand geschrieben, dass sie es voll cool fänden, wenn sie jetzt noch nicht so krass auf die Umwelt achtet, weil sie sich ja noch ein bisschen verändern muss. Also sie ist ja noch eigentlich eher so dieses Stadtgirl und achtet noch nicht so auf die Umwelt. Deswegen, ja, wird sie jetzt noch nicht so mega viel hier aufräumen und sowas. Aber wenn hier diese Haufen rumliegen, dann kann sie ja da auch immer Sanitärteile und sowas noch finden. Das heißt, das bringt ihr auch Geld. Und vielleicht kann sie dadurch dann so ein bisschen denken, oh wow, das ist ja gar nicht so schlecht, dass man die Insel sauber macht, weil sie dann auch den Prozess sieht, wie die Insel immer und immer sauberer wird. Und deswegen, ja, können wir das vielleicht so ein bisschen mit einbinden. Und dass sie dann später halt das dann noch viel cooler findet, sich mehr um die Insel zu kümmern. Und dann macht sie das halt auch gerne. Oh mein Gott. Und jetzt ist es auch kalt geworden. Yay. Yay. Ja, dann schlaf halt so lange. Okay. Sie hat jetzt noch Hunger. Allerdings habe ich nichts für dich, mein Girl. Ich habe leider nichts zu essen für dich. Also ich glaube, hier die Ananaspflanzen und so, das ist auch noch nicht fertig. Das Einzige, was du halt machen könntest, wäre, ja genau, die vergammelten Burger essen. Aber das will ich dir eigentlich nicht antun. Mal gucken, ob sie das jetzt tut. Ja, iss. Ew. Ew. Ja, iss aber weit. Oh, du Arme. Es tut mir so leid. Aber sie ist immerhin ein bisschen gesättigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn ihr Vater sie so sehen würde. Oh mein Gott. Katie. Oh mein Gott. Also sie sollte ja eigentlich noch Frösche anlocken, ne? Aber ich glaube, sie geht jetzt erstmal schlafen und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Upsi dupsi. Ähm, also sie hat geschlafen und sie hat sehr gut geschlafen und jetzt ruft der Direktor an. Und jetzt steht hier dran gehen und ich kann einfach nur auf OK drücken. Was das jetzt gemacht hat? Ach. Oh. Hä? Ja, sie ist doch gar nicht in der Schule. Lügner. Okay, und sie hat natürlich dann auch direkt wieder Hunger. Irgendwie wollen hier auch noch nicht die Kokosnuss und die Ananaspflanze wachsen. Oh. Yay. Yay. Ich nehme alles zurück, Leute. Ich nehme alles zurück. Sie braucht definitiv heute auch ein bisschen Spaß und soziale Interaktion. Deswegen werden wir vielleicht gleich einfach mal hier irgendwen von denen einladen. So wer oder Makoah. Mal gucken. Hat sie das jetzt geerntet? Yay. Wir haben drei Ananases. Oh, was steht da? Sieht so aus, als ob es nichts mehr zu ernten gibt. Okay. Und sie möchte verbeutender Wörter brüllen. Oh, girl. Du machst es mir so einfach. Okay. Ich gehe jetzt aber erstmal nach Hause. Schwimmen. Schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach. Oh, da ist auch Mülle mehr. Okay. Ich freue mich definitiv hier darauf, das dann sauber zu machen. Hier ist nämlich auch alles dreckig. Aber erstmal werden wir jetzt hier die Ananas pflanzen. So. Nee, du gehst nicht schon wieder schlafen. Ich glaube, ich spinne. Sie will einfach den ganzen Tag schlafen. Okay. Hallo. Wie geht das nochmal? So. Eins. Warte. Ich will das aber... So. Jetzt pflanz. Komm raus da. Pflanz sie. Ananasie. Oh, wow. Vielleicht sollten wir eine Ananas nicht pflanzen, weil dann kann sie die essen. Weil sie hat Hunger. Das ist eine gute Idee von mir, oder? Nina hat immer super Ideen. Oh, unsere ersten Pflänzchen. Und dann, ähm, wie heißt es? Pflanzen wir uns noch einen kokosenes Baum und dann ist alles gut. Ähm, vielleicht solltest du das abmachen vorher. Okay. Ja. Alles gut. Mach du, wie du magst, ne? So. Dann gehen wir jetzt mal. Wir werden jetzt mal verreisen. Ups. Und zwar gehen wir... Wir könnten halt, wie gesagt, auch... hier zum... zur Gikon fahren. Die findet ja irgendwo hier statt. Wo ist die Frage? Wo die Gikon stattfindet? Ich... Ich hab keine Ahnung. Hier. Hier findet die Gikon statt. Okay, dann fahren wir jetzt einfach mal hier hin. Es ist natürlich jetzt ein bisschen riskant, weil ihr Vater sie dann natürlich sehen könnte. Weil ich mir so gedacht habe, dass sie in Sanmai schon aufgewachsen ist. Sie ist ja in der Großstadt aufgewachsen. Und Sanmai schon ist die einzige Großstadt, die wir hier haben. Deswegen kann es natürlich sein, dass ihr Vater sie sieht. Aber das ist sie jetzt, glaube ich, wert, weil sie einfach erstmal gucken muss, wie sie über die Runden kommt. Und vielleicht trifft sie ja da noch alte Freunde oder so, die ihr vielleicht ein bisschen Geld geben können. Vielleicht kann sie auch was stehlen. Das werden wir jetzt auch mal versuchen. Vielleicht sollte sie sich aber auch erstmal was anderes anziehen, meine Liebe. Zieh dir was an. Thank you. So, da ist Happy Hour. Wir können uns jetzt hier aber leider nichts kaufen. Wie kann man eigentlich was stehlen? Das ist hier die Frage. Gemein. Ich frage mich wirklich, wie das geht. Was ist das hier? Geige. Okay. Aber hier ist doch nicht... Wo ist denn... Hä? Findet die Geekon nicht mehr statt? Ähm... Okay. Nida hat irgendwie Kacke gebaut. Wir machen was anderes. Wir reisen jetzt jemand nach Hause und versuchen dann was zu stehlen. Wir gehen einfach hier so in so ein... Ja, da wohnt jemand. Aber ich bin nicht zu Hause. Die sind zu Hause. Die sehen aber nicht so reich aus. Aber die haben einen großen Fernseher. Vielleicht können wir den Fernseher stehlen. Wir versuchen das jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert wie bei Sims 3. Aber wir schauen einfach mal, ob wir uns jetzt den Fernseher stehblitzen können. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Okay. An die Tür kloppen. Sehr gut. Klopf doch mal. Und ich hoffe, sie machen auf. Können wir sonst auch sowas hier klaren? Nee. Okay. Hey, komm rein. Ja, gerne. Und jetzt, was könnten wir stehlen? Warte mal. Ich muss mal eben lesen, was da über das Stibitzen steht. Also, diese Sims leihen sich gerne einmal Dinge von anderen, ohne vorher zu fragen. Wenn sie länger nichts stibitzt haben, wächst ihre Anspannung. Okay. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach erstmal, wir stellen uns lustig bei ihr vor. Ich würde gerne den Fernseher, aber ich würde gerne den Fernseher stehlen. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das so geht, ob wir einfach so die Möbel stehlen können oder ob wir so versuchen können, den Geld zu stehlen oder so. Ich glaube, das versuchen wir jetzt mal. Oh, sie ist schwanger. Äh, äh, egal. Leute, wir müssen an unser eigenes Wohl denken. Können wir sie einfach... Warte mal, wir fragen sie einfach mal nach Geld. Das stand doch hier gerade. Frag nach Geld. Oh mein Gott, sie hat uns 25 Simoleons gegeben. Oh mein Gott, sie ist voll lieb. Sie ist voll lieb, den können wir eigentlich nicht stehlen. Aber ich möchte was stehlen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gelesen. Und so wie es aussieht, brauchen wir die Schelmfähigkeit, um klauen zu können. Deswegen werden wir jetzt einfach mal hier ein bisschen Unfug treiben. Und zwar werden wir nach Wertvollem besitzt jemand Fragen, dass sie doch nach etwas aus, was sie fragen würde. Und dabei kann sie ruhig mit dem Fernseher gucken, weil dann wird nämlich ihr Spaß auch ein bisschen aufgefüllt. Oh, und da kommt auch dein Mann nach Hause. Hoffentlich hört er jetzt nicht, wie sie fragt. Okay, sie hat die Schelmfähigkeit erworben. Sehr gut. Ähm, wo gehst du hin? Kann sie jetzt hier was klauen? Oh, die zwei sind auch süß, ne? Ja, also hier stand im Internet, in dem wilden Internet, dass wenn kein anderer auf dem Grundstück ist, dann kann man was klauen. Ich weiß dann auch wirklich jetzt nicht, wie die Lage ist. Okay. Ähm, dann gucken wir jetzt nochmal, was wir hier noch für Unfug erzählen können. Wir können ja mal, wir könnten die erschrecken, tut man eine fremde Frau. Ach, eine fremde Frau. Das auch, aber eine schwangere Frau auf jeden Fall auch nicht. Und dann machen wir mal hier über Karriere lügen. Das ist, glaube ich, was, was sie machen würde. Und dann wird sie eine Meerjungfrau nachahmen. So, und warum bist du jetzt glücklich? Weil Erntepflanze gegessen hat. Das hat wirklich natürlich geschmeckt. Ein bisschen mehr Geschmack könnte nicht schaden. Süß. Ich glaube, du solltest dich einfach mal ein bisschen darüber freuen, dass du überhaupt was hattest. Oh, jetzt ist sie wütend. Upsi. Okay. Sie findet es aber doch relativ lustig. Das ist doch schon mal gut. Und ihre Schelmfähigkeit, die... Oh, guck mal, wie viele Fähigkeiten sie schon hat. Sehr gut. Okay, sie hat fast Level 2 in der Schelmfähigkeit. Im Internet stand, man kann gewisse Lampen stehlen. Aber ich will ja keine Lampen. Ah, okay. Leute, ich glaube, das wird dir nichts. Wir gehen jetzt nochmal in einen Park und gucken, ob wir da noch weitere Sachen ernten können. Weil ich glaube, das ist relativ wichtig für uns, dass wir noch so ein bisschen was an Essen anpflanzen können, damit wir uns dann auch erstmal noch versorgen können, bevor wir dann einen Kühlschrank und sowas haben. Dann kannst du nämlich hier rüber joggen und Frösche suchen. Das ist schon mal gut. Dann kannst du nämlich auch deine Froschzucht beginnen. Ich möchte definitiv die Frösche züchten. Das ist wirklich die beste Idee seit langem. Katie fühlt sich zu unwohl, um dies zu tun. Ich glaube, ich spinne. Kann man da Pipi machen? Da kann man Pipi machen. Geh Pipi machen! Wir gehen nämlich jetzt... Wir gehen in den Magnolia Park oder wie der heißt. Okay, Katie hat gerade ihren ersten Frosch gefunden. Sie hat einen Hypno-Frosch gefunden. 25 Simulions ist der Wert und er ist ungewöhnlich, was sehr gut ist. Wir finden jetzt aber gerade hier oben noch mehr Frösche und danach können wir hier nach einem Schatz graben. Das werden wir tun und hoffen natürlich, dass wir da etwas Wertvolles finden, damit wir dann auch endlich mal unser Feuer finden. Ein gestreifter Blattfrosch. Das heißt, wir können jetzt hier züchten. Yay! Wir können jetzt mit dem Hypno-Frosch züchten. Und jetzt haben wir zwei Hypno-Frosche. Und jetzt? Oh, versuche es später nochmal. Okay. Alles klar. Aber dann kann ich ja einen davon verkaufen. Oh nee, nur einen! Ich will nicht nur einen davon verkaufen. Eine was? Mysteriöse Zeitkapsel? Ich weiß nur, soll ich die jetzt aufmachen oder... Ach komm. Ich glaube, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Yay! Es war absolut überhaupt gar kein Fehler! 125 Simoleons! Leute, wir kommen unserem Feuer immer näher. Fui, fui! Aber ich will einen von diesen Hypno-Froschen... Oh. Mein Akku von der Kamera ist leer. Katie hat einfach noch eine Kapsel gefunden. Die machen wir natürlich jetzt auch auf. Was hat sie hier? Kleiner Ausbruch. Oh nein! Sie hat ein bisschen Akne. Hey, macht nix! Alles gut, Sister! Mach dir keine Gedanken. Du hast gerade einfach... Schlimmere Probleme. Yay! 60 Simoleons. Oh. Das war also nur Zufall, dass man da gutes Geld mit verdienen kann. Sad. Okay. Ich glaube, viel mehr gibt es hier gar nicht. Alles andere ist noch nicht gewachsen. Was sehr schade ist, denn ich hätte gerne etwas geerntet, meine lieben Freunde. Aber... Oh, da, da, da ist noch was. Geh da hin! Oh, wow! Habt ihr gesehen, wie talentiert sie ist? Hi, der Witzker! So. Noch eine Kapsel? Oh, jetzt... Ach komm, wir machen sie trotzdem auf. Und? Oh mein Gott, ich öffne sie nie wieder. Ich verkaufe die einfach immer direkt jetzt. Oh, da ist jetzt schon ein Erdbeerstroch, der ein bisschen größer ist. Aber der ist irgendwie nicht so lebendig. Der ist ein bisschen tot. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hause, weil ich glaube, sie wird auch langsam ein bisschen müde. Und sie ist auch wieder ein bisschen einsam. Aber das ist schon okay. Ich glaube, das ist so, wenn man alleine auf einer einsamen Insel wohnt. Und ja, deswegen reisen wir... Da sind noch Frösche. Und wir holen jetzt noch eben die Frösche und dann reisen wir nach Hause. Okay, ich habe gerade gesehen, dass ich über 30 Minuten aufnehme. Was habe ich in diesem Part gemacht? Irgendwie habe ich nur gehustelt. Aber ist ja auch egal. Das gehört auch dazu. Das ist eine Rex to Riches Challenge. Deswegen ist das schon in Ordnung so. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat und dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Ich habe gerade mal die LED leicht runtergedreht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen dunkel. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass euch dieser Part auch wieder Spaß gemacht hat. Und ja, im nächsten Part werden wir dann hoffentlich wieder mehr gebacken bekommen. Denn wenn wir dann so ein bisschen unsere Pflanzen da auch haben und so. Ich hoffe, dass wir dann mal ein bisschen in die Gänge kommen. Das wäre wirklich sehr schön. Und ja, weitere Story-Vorschläge immer in die Kommentare. Ich habe euch ja auch gefragt, was ihr haltet von diesem Teilzeitjob. Dass sie dann halt so ein bisschen arbeiten geht. Fände ich eigentlich ziemlich cool. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr euch da wünschen würdet für die liebe Katie. Und dann wünsche ich euch jetzt auch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.